Hallo ihr Lieben und herzlich Willkommen zu einem neuen Video von mir und zwar heute zu einer Rezension. Ich wünsche euch ganz ganz viel Spaß dabei. Ja ihr Lieben, heute sehen wir uns in ungewohnter Umgebung, nämlich Vorwurstertapete. Und ich versuche jetzt schon zum zweiten Mal diese Rezension zu drehen zu einem ganz ganz tollen Buch. Doch leider ist die Thematik relativ heavy, weshalb ich beim ersten Mal so krass ins Negative abgerutscht bin, dass ich beim Schneiden mir so gedacht habe, das kann ich nicht hochladen. Und deswegen versuche ich das Ganze jetzt hier nochmal ein bisschen neutraler zu machen. Vor allem, weil es um ein Buch geht, das ich halt super wichtig empfinde, das ich sowas von toll finde. Und die Autorin hat meinen krassen Respekt verdient gegenüber dem, was sie in diesem Buch ausspricht, weil sie sehr sehr viel kritisiert, hinterfragt, tatsächlich auch wirklich das System anspricht und sagt, das geht so nicht. Und zwar geht es um dieses Buch hier und um diese Autorin Nina Böhmer, die da das Buch geschrieben hat. Euren Applaus könnt ihr euch sonst wohin stecken. Ja, Nina Böhmer ist Krankenschwester und hat dieses Buch geschrieben, um auf den Notstand in Krankenhäusern aufmerksam zu machen. Denn als Krankenschwester hat sie natürlich ganz, ganz große Einblicke in das ganze Netzwerk und möchte einfach mit diesem Buch darauf aufmerksam machen, was da an Mängel herrschen, nämlich Pflegenotstand, zu wenig Material und so weiter. Aufgebaut ist das Buch wie folgt. Die ersten, sagen wir mal so 70, 80 Seiten bekommen wir erst mal Ninas Werdegang berichtet. Das heißt, wie sie überhaupt dazu gekommen ist, als Krankenschwester zu arbeiten und wie ihr tatsächlich auf dem Weg auch schon ganz, ganz viele Steine in den Weg gelegt wurden. Denn, soweit ich das verstanden habe, hat sie erst mal nur ihren Hauptabschluss, Hauptschulabschluss gemacht und hat sich dann nach und nach hochgearbeitet mit ganz, ganz vielen Praktika, hat sich dann wirklich, glaube ich, auch noch den Realschulabschluss erarbeiten können und hat dann tatsächlich irgendwann auch, nachdem sie sehr, sehr viele Steine in den Weg gelegt bekommen hat, die Ausbildung zur Krankenschwester ablegen können und arbeitet seitdem als Krankenschwester. Ist auch, wie ich durch das Buch hier einfach gemerkt habe, jemand, der sehr, sehr engagiert in seinem Job ist, der alles dafür tut, dass es den Patienten gut geht, dass sie sich wohlfühlen und dem es wirklich zu 100% darum geht, dass die Patienten gut versorgt werden, obwohl das in ihrem Job, und das muss man halt wirklich auch sagen, sehr, sehr schwierig ist, weil einfach zu wenig Pfleger da sind. Und ich bin jemand, ich bin mit dem Thema tatsächlich auch so ein bisschen aufgewachsen, weil sowohl meine Schwester als auch meine Mutter als Krankenschwestern arbeiten und ich dementsprechend auch privat sehr, sehr viel in die Richtung mitbekommen habe und sehr, sehr viel Negatives gehört habe, aber auch wahnsinnig viel Positives gehört habe. Und man hat da schon tatsächlich immer gemerkt, okay, irgendwie ist es zwar so, dass die meisten Krankenschwestern und Pfleger ihre Berufe sehr, sehr gerne machen, dass es ihnen aber erschwert wird durch die Bedingungen, die einfach herrschen in unserem Land. Und das, obwohl wir ja, und das muss man halt wirklich auch vorweg sagen, eigentlich höchst renommiert sind, was unser Gesundheitssystem angeht. Deswegen sind wir ja auch durch diese ganze Zeit so gut gekommen bisher, einfach weil wir hier in Deutschland die höchsten Standards haben, was das Gesundheitssystem angeht. Ob das in den nächsten Jahren noch so sein wird, wenn ja vor allem der Wohlstand höchstwahrscheinlich zurückgeht, dadurch, dass wir durch das, was die Regierung momentan treibt, sehr, sehr viele Menschen in die Insolvenz treiben, weiß man natürlich nicht, ob das nicht auch vielleicht ein bisschen zurückgeht, weil gerade unser Gesundheitssystem ist darauf aufgebaut, dass wir gerade mit Steuergeldern da auch viel reinstecken. Und wenn natürlich der Wohlstand sinkt, kann es sein, dass wir das Niveau nicht halten können. Aber darum soll es gar nicht gehen. Es geht um, euren Applaus könnt ihr euch sonst wohin stecken. Und der Titel hat ja natürlich auch was zu bedeuten. Denn Nina Böhmer hat im Laufe der Corona-Pandemie, gerade als das Ganze angefangen hat, eine Wutbotschaft auf Facebook geteilt. Ganz aus Versehen. Eigentlich wollte sie das gar nicht öffentlich machen, aber sie hat es auf öffentlich gestellt, ohne es zu merken. Und dadurch ist sie plötzlich so ein bisschen über Nacht berühmt geworden, hat Interviewanfragen bekommen und sollte in Fernsehen auftreten und dies und das. Und hat wahnsinnig viel Zuspruch natürlich auch von Kollegen und Kolleginnen bekommen. Und plötzlich stand sie so ein bisschen im Rampenlicht, hat aber von Anfang an gesagt, Leute, es geht mir nicht um Corona. Es geht darum, dass schon vorher und auch nachher Pflegenotstand da ist, kein Material nicht genug hier ist. Das war einfach, dass ganz, ganz viel schief läuft und dass das halt einfach mal zutage befördert werden sollte. Und jetzt nicht nur durch Corona, sondern halt schon immer. Und euer Applaus wird abflauen und irgendwann denkt wieder an uns niemand. Und sie möchte halt einfach so ein bisschen aufmerksam machen. Und wie gesagt, im ersten Teil des Buches geht es um ihren Werdegang. Und wie sie das geschafft hat, sich durchzuboxen und sich ihren Traum zu erfüllen, es war auch nicht immer leicht. Das war wirklich relativ schwierig für sie, weil sie eben erst mal nicht den höchsten Abschluss hatte in der Schule. Und schon da hat sie gemerkt, dass viel auf Schein gesetzt wird. Nämlich die, die ein Einser-Abi haben, haben alle Möglichkeiten, auch wenn sie so gefühlt keine Praxiserfahrung haben. Und sie, die sie sich mit Praktika hier, Praktika da eigentlich alles schon vorher erarbeitet hat und eigentlich alles schon konnte, hat erst mal gar nicht die Möglichkeit bekommen, eine Ausbildung zu machen. Also da sind schon ganz, ganz viele Sachen im Vorhinein, wo ich auch sage, das kritisiere ich ja auch. Da habe ich auch schon mal mit euch drüber gesprochen. Ich hatte zwar Abitur, aber ich hatte auch nicht alle Möglichkeiten, weil ich einen Dreierschnitt hatte. Und da hieß es schon immer, mh, also mit einem Dreierschnitt, da kommt man auch nicht weit. Und ich mir so denke, ja super, was hat mir das Abi dann im Endeffekt gebracht? Und das, weil ja einfach in unserer Gesellschaft gepredigt wird, man muss in allem gut sein. Weil wenn man nicht in allem gut ist, dann kann man später auch nicht das machen, was man sich wünscht. Und ich finde, das ist eine ganz, ganz große Sauerei. Denn ich denke mir so, ja, wenn ich halt Ärztin hätte werden wollen, dann hätte ich gar nicht in alle dem gut sein müssen, was ich im Abitur gemacht habe. Ich hätte niemals in Französisch gut sein müssen. Ich habe keine Ahnung, ob ich in der Erdkunde hätte gut sein müssen, in Geschichte hätte gut sein müssen oder in Politik hätte gut sein müssen für den Beruf der Ärztin. Es hätte gereicht, wenn ich dann später mich auf die Fächer konzentriert hätte, durch die ich hätte Ärztin werden können. Ich wollte nie Ärztin werden, aber versteht ihr, was ich meine? Für das, wo einen die Leidenschaft hinzieht, dafür interessiert man sich und dadurch setzt man sich ein. Und da ist man engagiert. Und das hat nichts damit zu tun, dass man in jedem Fach im Abitur gut war. Also, uns wird von Anfang an gepredigt, dass wir in allem gut sein müssen. Und das ist utopisch. Niemand ist in allem gut. Und ich finde das ganz, ganz schlecht, dass das, was wir zum Beispiel in Kinderbüchern immer predigen, dass jeder seine eigene Fähigkeit hat und jeder in irgendwas gut ist, dass nicht jeder in allem gut sein kann, dass das plötzlich irgendwann während des Abiturs dann auf den Plan kommt, doch, du musst in allem gut sein. Und wenn du nicht in allem gut bist, dann kannst du eben nicht deinen Traumjob irgendwann ausführen. Dann ist das halt so. Dann hast du Pech gehabt. Und wir haben hier Menina Böhmer, eine ganz, ganz starke Persönlichkeit, eine ganz, ganz starke Frau, die das halt auch mal anspricht und die sagt, das geht gar nicht. Natürlich, die sich durchgeboxt hat sehr, sehr lange, um die Ausbildung überhaupt zur Krankenschwester machen zu können, obwohl das seit Kindtagen an ihr Traumberuf war. Und ich muss sagen, ich habe krassen Respekt, denn sie hat es geschafft. Sie ist Krankenschwester geworden. Und dann kommt sie halt nach diesen 80 Seiten so ein bisschen darauf zu sprechen, wie es denn ist, wenn man dann mal angekommen ist. Denn es ist nicht immer alles Friede, Freude, Eierkuchen. Auch wenn wir den Beruf ausführen, den wir lieben. Ja, also ich führe zum Beispiel einen Beruf aus, der absolut und wahnsinnig toll ist. Aber jeder Beruf hat Schattenseiten. Es ist eben nicht alles bunt und glänzend und kitsch. Nein, in jedem Beruf gibt es auch Seiten, die man nicht mag. Und vielleicht auch Seiten, wie im Fall von Nina Böhmer, die absolut und gar nicht gehen. Zum einen ist das Sexismus am Arbeitsplatz. Gerade der Beruf der Krankenschwester wird da sehr herabgewertet. Und ganz ehrlich, ich habe mir da nie Gedanken drüber gemacht. Aber es gibt solche Sachen, wo ich dann plötzlich so ein bisschen klar gesehen habe. Wie zum Beispiel das sexy Krankenschwester-Kostüm an Fasching. Dieses, ja, ich bin der Mann und die Krankenschwester, die muss sich um mich kümmern. Und die pflegt ja die Patienten immer gesund und somit auch mich, den starken Mann. Also dieses ganze sexistische Sehen einer Krankenschwester und das, obwohl es ja natürlich auch Männer unter Krankenschwestern oder Pflegern gibt. Sexismus am Arbeitsplatz hat sie ganz, ganz doll mitbekommen. Natürlich auch von Patienten, die einfach mal wohin langen, wo sie nicht hinkrapschen sollten. Und die auch noch denken, dass das okay ist. Dann kommen wir natürlich aber auch dazu, dass ja Pflegenotstand herrscht. Und dann eine Person plötzlich im Nachtdienst für zehn Patienten zuständig ist. Und wenn drei verschiedene auf die Notklingel drücken, sie aber gucken muss, wo sie zuerst hingeht. Und nicht weiß, wo ist jetzt wirklich ein Notfall. Und wo stirbt vielleicht gerade einer, weil ich gerade bei wem anders bin. Aber ich bin alleine auf der Station. Was soll ich tun? Also man bekommt hier wirklich ganz, ganz krasse Notstände vor Augen geführt. Und ich muss wirklich sagen, dass mich das an mancher Stelle fassungslos gemacht hat, Leute. Wirklich fassungslos. Das hat mir sehr die Augen geöffnet, weil das natürlich Sachen sind, die man nicht mitbekommt. Das sind Sachen, die man sich niemals gedacht hätte, wo man sich so denkt, was läuft hier schief? Was ist das? Wir haben so ein renommiertes und anscheinend gutes Gesundheitssystem. Und wenn man dann natürlich solche Dinge liest, wie zu wenig Pfleger, ein Pfleger ist für zehn Patienten so gefühlt zuständig. Im Nachtdienst ist manchmal nur eine Krankenschwester eingestellt, weil einfach zu wenig Pfleger da sind. Wenn man sowas liest und das eben immer noch, Sexismus am Arbeitsplatz gerade in diesem Beruf auch noch sehr hoch ist. Dann denkt man sich, wo ist denn da der hohe Standard unseres Gesundheitssystems geblieben, ja? Also das sind schon Sachen, wo ich sagen muss, hätte ich niemals gedacht. Hätte ich wirklich niemals gedacht, dass sowas bei uns in Deutschland noch Standard ist. Und das ist es allemal. Und dann kommt Nina Böhmer hier dann irgendwann tatsächlich auf, die Corona-Krise zu sprechen. Und es ist ein Riesenthema in dem Buch und das, obwohl die Autorin ja eigentlich gesagt hat, es geht ihr nicht um Corona, sondern es geht darum, dass der Pflegenotstand, die Zeitnot, der Materialmangel, das herrscht immer. Das war vor Corona so. Das war schon immer schlimm. Wir Pfleger bekommen zu wenig Geld. Das war auch schon immer so. Wir sind nicht plötzlich systemrelevant aufgrund der Krise, sondern wir waren es immer. Wir pflegen euch gesund, werden aber kaum dafür gewürdigt. Das ist für sie ein Riesenthema, aber trotz allem nimmt hier Corona auch sehr, sehr viel Platz ein in dem Buch. Und das ist jetzt quasi so, ab der Hälfte bis zum Schluss geht es dann darum, was in der Pandemie noch ein bisschen offensichtlicher schiefgelaufen ist, sag ich jetzt mal. Zum einen mal angefangen mit unserem Gesundheitsminister Jens Spahn, der Sachen beschlossen hat und Sachen verordnet hat, wo man sich nur mit der flachen Hand gegen den Kopf hauen könnte. Und da spricht sie halt auch so ein bisschen was aus, wo ich sage, ich verstehe absolut, dass sie das kritisiert. Nämlich, dass die meisten Gesundheitsminister bis auf einen in den letzten Jahren immer Menschen sind, die nicht einen Tag mal im Krankenhaus gearbeitet haben und somit überhaupt keine Ahnung haben, unter welchen Umständen man arbeitet und unter welchem Druck und unter welchem Stress man steht, wenn man so viele Patienten hat, weil einfach zu wenige Pfleger da sind. Und dass es halt auch so wichtig ist, dass der Beruf einfach, ja, den Leuten als schöner vermittelt wird. Dass es einfach bekräftigt wird, dass mehr Leute diesen Beruf einnehmen. Dass eben mehr Pfleger gewonnen werden. Dass auch der Weg zu einer Ausbildung in dem Bereich einem nicht so schwer gemacht wird. Natürlich auch, dass Pfleger und Krankenschwester mehr Geld bekommen. Und dann geht es halt natürlich um Jens Spahn, der irgendwie im Rechnungswesen Wirtschaft blablub irgendwann mal gearbeitet hat und plötzlich Gesundheitsminister ist, keine Ahnung von dem Beruf hat und nichts. Der jeden Pfennig dreimal umdreht und der dann plötzlich beschließt, während der Corona-Pandemie, gerade am Anfang des Jahres, dass alte Leute, ich weiß gar nicht, ob er das beschlossen hat, aber es ging auch darum, dass sie ihn kritisiert hat. Und dann ging es um die Maßnahmen, die während der Corona-Pandemie beschlossen worden sind. Wo ich das gelesen habe, Leute, saß ich da mit offenem Mund. Und weil ich mir so dachte, wie kann das sein? Wie kann das in einem Land wie unserem, wie kann das passieren? Was kann so derart schieflaufen, dass solche Dinge beschlossen werden? Und zwar geht es darum, dass gerade Krankenschwestern während der Pandemie im Frühjahr, wenn sie Corona hatten, keine 14 Tage Quarantäne sollten, sondern, weil ja Pflegemangel herrscht, nur sieben Tage. Und nach diesen sieben Tagen dann auch wieder komplett im Umgang mit Patienten arbeiten sollten. Das heißt, sowohl die Patienten als auch unser Pflegepersonal wurden in Gefahr gebracht, aufgrund dessen, dass Pflegermangel herrscht bei uns. Dann ging es ja darum, dass in Betracht gezogen worden ist, ich weiß nicht, ob es überhaupt wirklich so weit gekommen ist, aber es wurde in Betracht gezogen, alte Krankenschwester und alte Krankenpfleger, die schon seit Jahren im Ruhestand sind, wieder aus dem Ruhestand rauszuholen, weil Pflegenotstand herrscht. Und Nina Böhmer schreibt hier an einer Stelle, ja, ich sehe es schon vor mir, wie die Hochrisikogruppe, unter die ja gerade alte Leute vermehrt fallen, ja, ich sehe es schon vor mir, wie die Hochrisikogruppe an hochinfektiösen Patienten arbeiten müssen und das ohne das richtige Material und ohne die richtige Schutzkleidung. Denn, und das haben wir ja auch alle mitbekommen, gerade im Frühjahr herrschte plötzlich Maskenmangel. Ähm, komplette Schutzkleidung war zu wenig. Es war einfach zu wenig Material da. Plötzlich brauchte ja jeder eine Maske, es war nicht genug Material da. Zudem wurden natürlich auch aus den Krankenhäusern plötzlich Material gestohlen, was ja auch einfach der Hammer ist, wenn man nur mal darüber nachdenkt. Aber, plötzlich hieß es, ja, ihr müsst nicht mehr bei jedem Patienten eine neue Maske tragen, sondern tragt doch mal den ganzen Tag eine Maske. Oder, ja, du musst in das Patientenzimmer von dem hochinfektiösen Patienten keine komplette Schutzausrüstung tragen. Mach einfach, weil wir haben zu wenig Material. Leute, wenn man sowas liest, dann frage ich mich wirklich, wie kann das sein? Wie kann das sein, dass willentlich Leute so in Gefahr gebracht werden? Vor allem die Leute, die unser Leben retten sollen. Ich weiß nicht, ich weiß nicht, Leute, das macht mich so traurig und es macht mich wütend, wenn ich sowas lese. Das macht mich einfach sowas von sauer auf unser System, das uns vorgaukelt, dass unser Gesundheitssystem eines der Besten ist und das dann mit dem Pflegepersonal so umgegangen wird. Das macht mich einfach wütend und fassungslos und ich muss ehrlicherweise wirklich sagen, dass ich mir hier an mancher Stelle echt gedacht habe, wie schafft sie das weiter, in diesem Beruf zu arbeiten? Naja, aber ich möchte noch auf eine Sache eingehen und zwar ist das für mich das wichtigste Kapitel des Buches. Es ist nicht das letzte Kapitel. Im letzten Kapitel geht es auch so ein bisschen darum, dass Nina Böhmer sagt, ja, es ist aber nicht alles schlecht und ich liebe diesen Beruf und ich helfe so gerne Menschen und ich möchte das gerne weiterhin mein Leben lang machen und ich hoffe einfach, dass auch wenn euer Applaus abgeflaut ist und das wird irgendwann soweit sein, irgendwann sind wir wieder in Vergessenheit geraten, ich hoffe, dass dann irgendwann jemand daran denkt, dass diese Notstände herrschen und dass hier was schief läuft und dass was getan werden muss. Also ich finde auch ihr Appell zum Schluss sehr, sehr menschlich und ja, ich habe sie halt einfach als eine sehr sympathische, starke Frau empfunden. Ich möchte jetzt aber noch ganz intensiv auf das zehnte Kapitel eingehen und Leute, ich würde euch wirklich so, so krass empfehlen, dieses Buch zu kaufen und es zu lesen, weil ich es als so wichtig empfinde, weil Nina Böhmer hier auf ein Thema eingeht. Und ich glaube nicht, dass sie jetzt unbedingt möchte, dass man ihr Buch nur deswegen empfiehlt. Ich empfehle es auch nicht nur deswegen, ich empfehle es wegen allem. Ich empfehle es, weil es einfach einem die Augen öffnet und weil es einem einfach Umstände zeigt, von denen man so halt einfach nichts mitbekommt. Und ich finde es einfach richtig krass, dass sie die Worte in den Mund nimmt und dass sie das aufgeschrieben hat und dass sie es der Welt zeigt. Ich hoffe, dass es Gehör findet, weil ich einfach finde, dass es so überhaupt nicht geht. Das, ne? Aber sie spricht hier etwas aus, was sich als sowas von positiv aufgenommen und was sie mir gerade noch mal sympathischer gemacht hat. Und zwar heißt dieses Kapitel mein Recht darauf, Dinge auch kritisch zu sehen. Und da bezieht sie sich natürlich auch auf die Corona-Pandemie und erzählt halt einfach so ein bisschen davon, wie sie das sieht, wie man sich jetzt plötzlich gegenseitig anzeigt oder wie plötzlich wieder der deutsche Blockwart auf den Plan kommt, wie man ja so schön sagt, der in der Gegend rumrennt und guckt, ob irgendwo zu viele Menschen im Haus sind, ob irgendwo zu viele Kinder auf dem Spielplatz sind, ob irgendwo Autos in der Straße stehen, die da nicht stehen sollten, die Fremde sind, ob sich irgendwo zu viele Haushalte treffen. Halt der deutsche Blockwart heißt Nachbarn, die sich gegenseitig anzeigen und dass man nicht mehr miteinander sprechen kann. Und ich finde das einfach so, so wichtig, dass sie das hier anspricht, weil mir das einfach aus der Seele spricht, Leute. Das spricht mir halt einfach aus der Seele. Das ist, ich finde das ganz, ganz schlimm, dass hier überhaupt kein Aufeinanderzugehen mehr der Fall ist. Und ich meine jetzt keine Verschwörungstheoretiker, die sagen, Elon Musk hat das Virus erfunden oder das ist von der Regierung geplant, um uns Niederknien zu sehen oder Sonstiges. Dass das Bullshit ist, weiß ich selbst, aber es ist halt nun mal Fakt, dass es Leute gibt, die psychisch so krass damit zu kämpfen haben, dass sie eine Maske tragen müssen. Und ja, dann ist es einfach zu sagen, Gott, zieh doch die Maske auf, das stört dich doch nicht. Es gibt Leute, die Panikattacken kriegen, die PTBS haben, die Traumata davon haben und die momentan komplett aus der Gesellschaft ausgegrenzt werden, die nicht mehr einkaufen gehen dürfen, weil sie vielleicht eben keine Maske tragen können, weil es einfach körperlich und von der Psyche nicht möglich ist und die jetzt momentan komplett hinten runterfallen und auf die keiner Rücksicht nimmt. Und ich finde, das geht auch nicht. Diesen Leuten geht es auch schlecht und wieso soll eine Gruppe weniger beachtet werden, der es schlecht geht, als eine andere Gruppe, der es schlecht gehen könnte, weil sie halt älter und vielleicht Risikopatienten sind. Wieso achten wir nicht auf alle? Das ist genau auch die Sache hier mit dem Krankenhauskeim. Plötzlich hieß es im Krankenhaus, es ist nur Corona schlimm. Aber im Krankenhaus sind nun mal auch noch andere Keime. Und dass sie sich verbreiten, war plötzlich vollkommen egal. Hochinfektiöse Patienten, nur eine Schutzausrüstung, eine Maske komplett den Tag für jeden Patienten, wodurch man ja auch die Patienten in Gefahr bringt. Und dass es auch noch den Krankenhauskeim gibt, ist plötzlich egal. Das Schlimme ist nur noch Corona. Also ich finde, da ist halt ein ganz, ganz einseitiges Denken momentan auf dem Plan. Und ich finde halt einfach, dass wir da ein bisschen unsere Horizonte erweitern sollten und eben nicht einfach stumpfsinnig sagen sollten, das ist jetzt aber so und wir müssen jetzt aber, sondern aufeinander zugehen. Ich finde, dass das auch in dieser Situation wieder überhaupt nicht gemacht wird. Keiner tut es. Keiner lässt mal den anderen ausreden. Jeder ist unsolidarisch hier und solidarisch da. Ich finde, am unsolidarischsten sind die Leute, die ihre Nachbarn gegenseitig anzeigen. Ja, was soll das? Das finde ich ganz schlimm. Diese Leute, die draußen rumrennen und andere Leute irgendwo bespitzeln und dann bei der Polizei melden. Ja, was soll das? Wann sind wir denn so geworden? Also das kann ich überhaupt nicht nachvollziehen und das sind für mich die unsolidarischsten Menschen gerade. Und darauf geht Nina Böhmer eben in diesem Kapitel ein. Es geht nämlich darum, obwohl ich jemand bin, der weiß, dass es Corona gibt, wie sie hier sagt, wurde sie sofort, als sie mal ein bisschen kritisch gedacht hat, als Verschwörungstheoretiker bezeichnet und von ihren Freunden gemieden. Und das ist eine Sache, die ich nicht verstehe. Warum können wir nicht miteinander sprechen? Und da hat sie was ganz, ganz Wichtiges geschrieben. Am Ende dieses Kapitels. Ich befürchte, wir werden vermutlich nie wissen, ob es das alles wert war. Aber mein Recht, Dinge auch in Frage stellen zu dürfen, möchte ich mir nicht nehmen lassen. Und da hat sie auch absolut recht. Das muss man nicht. Wir sind alle denkende, emotionale, menschliche Wesen. Wir dürfen denken und wir dürfen kritisch sein. Und das möchte ich auch hier mit allen mit auf den Weg geben, weil ich finde, dass das so ein bisschen auch der Grundstein in unserer Gesellschaft ist. Dass wir kritisch sind und dass wir für uns selbst denken und dass wir hinterfragen und daraus unsere eigene Meinung bilden und nicht daraus, was uns irgendwer anderes sagt. Und das ist eine ganz, ganz wichtige Eigenschaft, die wir uns auch nicht nehmen lassen sollten. Und ich finde das sehr, sehr gut, dass sie das in diesem Buch anspricht, weil das heutzutage ja schon fast ein Unding ist, wenn man seine eigene Meinung sagt. Und ja, genau. Jetzt habe ich das Gefühl, ich bin schon wieder viel zu tief gegangen, Leute. Also ihr merkt, dass ich... Das ist ganz, ganz schwierig für mich, diese Rezension zu drehen. Das ist schon der zweite Versuch und ich bin schon wieder so negativ geworden. Dabei wollte ich das gar nicht. Ich wollte euch eigentlich nur dieses Buch empfehlen, weil ich es so wichtig finde, dass einem die Augen mal geöffnet werden im Hinblick auf diese Situation in den Krankenhäusern, was da momentan schiefläuft und dass einfach darauf aufmerksam gemacht wird, dass etwas schiefläuft und dass der Beruf der Krankenschwester und des Pflegers nicht nur während Corona wichtig ist, sondern schon immer für uns systemrelevant war und auch sein wird. Weil das einfach die Leute sind, die sich um uns kümmern, wenn wir krank sind und die sich tatsächlich selbst gesundheitlich gefährden, um sich um uns zu kümmern. Und gerade auch während Corona ist das alles eben noch sehr, sehr schlimmer gelaufen. Und ich finde, da sollte einfach der Blick drauf gerichtet werden. Und ich hoffe einfach, dass ich das damit so ein bisschen erreicht habe, dass ihr da so ein bisschen jetzt vielleicht auch mal drüber nachdenkt und euch vielleicht das Buch einfach mal anseht und es weiter in die Welt empfehlt. Und ja, genau. Euch da tatsächlich auch mal so ein bisschen euren Horizont erweitert. Und ja, das war es mit diesem Video. Gottchen, ich habe keine Ahnung, ob ich das hochladen kann. Und ich habe das Gefühl, bei diesem Thema werde ich immer so negativ. Aber es ist für mich einfach schwierig, über dieses Thema zu sprechen, ohne in eine negative Richtung abzuschweifen. Einfach, weil einen das natürlich mitnimmt. Das ist klar. Wenn man sowas liest, was da für Umstände herrschen, wovon man gar nichts wusste, wo man selbst auch nie wirklich aufmerksam war. Und das Ganze dann auch noch gepaart in diesem Text mit der Corona-Pandemie, die uns natürlich alle emotional mitnimmt. Es ist für mich äußerst schwierig, euch eine Rezension dazu aufzunehmen, Leute, weil ich ein sehr emotionaler Mensch bin. und gerade wenn ich sowas lese, da werde ich so schnell negativ und so schnell emotional mitgenommen. Trotzdem finde ich, dass das gerade die Sachen sind, worüber man sprechen sollte und auf die aufmerksam gemacht werden sollte. Und das mache ich hiermit. Ich hoffe, euch hat diese Rezension irgendwas gebracht. Ich hoffe, ich bin auch nicht zu zerstreut. Aber ja, wie gesagt, es ist für mich wahnsinnig schwierig, diese Rezension zu drehen, ohne so krass ins Negative abzufallen oder hier gar in Tränen auszubrechen, weil mich das so emotional mitnimmt. Und ja, ich sage hiermit danke an alle Krankenschwester, Krankenpfleger, Altenpfleger und Sonstiges, die unser System aufrechterhalten und uns pflegen und uns gesund machen und so gefühlt den härtesten Job haben und dafür am wenigsten gewürdigt werden und sich tatsächlich gerade auch während der Pandemie mutwillig selbst in Gefahr bringen, um uns zu beschützen. Und das sollten wir uns, glaube ich, alle mal vor Augen halten. Und damit ende ich jetzt dieses Video. Hoffe, dass ihr euch das Buch mal zur Hand nehmt, es euch mal anguckt und gerade auch ganz, ganz aufmerksam das zehnte Kapitel lest und aufeinander zugeht, miteinander redet, nicht sofort verurteilt und ja, jedem ganz viel Liebe schenkt da draußen. Ich wünsche euch noch einen schönen Abend. Tschüss! Tschüss!